Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Rewano. Yeah, hallo. Ja, bei mir wird das ganze Jahr ein Angezockt und zwar von Primal Carnage Extinction. Bei Rewano geht einfach seine Let's Play weiter. Ich weiß, es ist schon ein älteres Spiel hier, es geht um Dinos gegen Menschen. Ich weiß, es ist schon älter, aber ich habe es noch nie gespielt, deswegen ist es bei mir ein Angezockt. Und bei Rewano halt, da macht es schon die ganze Zeit den Quatsch. Geiles Spiel ist das, geil. So, okay, dann wollen wir mal gucken. Ich gehe mal hier auf Play. Yo, ich komme mit. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt dann zusammen einen Server finden auf jeden Fall. Oder du machst einen Host auf, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert hier. Ich habe das selber auch noch nicht probiert. Wir können aber auch direkt in irgendwelchen Games gehen. Da unten, naja, ist gerade nicht so die Hölle los hier. Da habe ich was. 3 von 24. Aber das ist jetzt der Shopper, das ist irgendwie scheiße. Ich mache mal Refresh, drück mal auf Refresh. Ich habe oben mal Show Full, habe ich mal rausgemacht. Und Show Empty, Show Private, habe ich auch mal rausgemacht. Ach ne, Show Secure mache ich mal raus. Ne, auch nicht, hä? Ich habe schon ein bisschen mehr, da ist was. Dino Deathmatch, 18 von 32 sind da drin. Geh mal ein bisschen weiter von deinem Mikrofon weg, da ist, ey, mit dem, machst du Testaufnahmen, über Testaufnahmen. Funktioniert. Kaum machst du deine Ausnahmen. Ja, guck mal. Dino Deathmatch, 18 von 32, siehst du das? Ich habe kein Dino Deathmatch, nein, nein. Woher auch? Kannst du denn nicht join, wenn ich da reingehe vielleicht? Wollen wir mal gucken. Ne, ich kann nicht auf meine Playout zugreifen. GameTyp. Ach, Dino Deathmatch hier drüben. Wie heißt denn da, Raptors Tale, Chill and Kill oder Killing Time? Killing Time, Dino Deathmatch und dann hat er so einen Doppelpunkt mit dem D und NMR ganz vorne stehen. Oh, Spinosaurus, ach guck mal, das haben sie aber von Ark geklaut. Bist du da drauf? Ja, klar. Haben sie aber von Ark geklaut, ja, dieses Buch. Äh, ich würde eher sagen umgekehrt, weil Paul McCann jetzt schon eher da war mit den Büchern. Ach, Quatsch. Ne, kein Scheiß. Ach, Quatsch. Kein Scheiß. Ach, Quatsch. Survival, aha, 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 okay, ich will... Äh, was denn, ach, beides gegen Dino. Gegen Dino, ja, ist aber auch witzig. Ja, welche Seite bist du, rot oder blau? Welche Seite willst du? Dann gehen wir rot beide, hm? Okay. Gut. Oh, Tyranno, da gibt's ein Raptor. Boah, vier Stück, ich nehm Raptor, nämlich. Dann gibt's diesen Flugsaurier, dann gibt's diesen Dilöffel und dann gibt's noch diesen Karno. Das sind fünf Stück. Oh, wir hätten, äh, Onkel, lass uns mal ganz schnell auf die andere Seite wechseln. Oh, geil, du kannst noch mehr, du kannst ja noch einen Spinosaurus, einen Arto-Octusaurus, keine Ahnung. Und hier gibt's noch einen, oh, oh, wie, Pirator, was? Ja. Die Löffel, dann gibt's ja, was denn? Lass uns mal eben schnell auf die blaue Seite wechseln. Warum? Wenn du Tapp drückst, weißt du warum. Ähm, was bin ich denn mit meinem Spiel? So. Oh, okay. Wie kann man wechseln? Ja, du drückst da Escape und dann steht da Switch Team. Und dann gehen wir auf die blaue Seite, weil da weniger sind. Blaue Seite, okay. Bist du drauf? Ja. Jetzt ist gleich, gleich wieder ein bisschen... Komm, ich nehm mal gleich Standard und mach mal hier Tyrannosaurus. Hast du? Hast du bekommen? Hey, da gibt's ein... Ah, ich... Warte mal, ich such dich grad. Weil ich bin nur so ein kleiner Mini-Raptor. Und ich würde gerne zum Onkel. Ich hab keine Ahnung, was sucht du mir. Sind das jetzt schon Feinde hier oben? Keine Ahnung. Ach, da oben ist eine Warnel-App. Ja, ich kämpf grad gegen zwei T-Rexe. Alter Schwede. Der hat mich voll aus dem Leben geklatscht. Der hat mich aber gebissen, ich bin vom Geländer. Das war episch jetzt. Ähm, linke Maustaste zum Spornen. Oh, da schenk fest. Okay, ich seh dich, komm. Ne, ich häng fest. Denk an die F-Taste. Aber man sieht gar nicht, wer Feind und Freund ist. Das ist voll doof. Also, da ist ein Mensch gegen Dino schon besser. Weil da blickst du wenigstens durch, wer dein Feind ist. Du bist doch gar nicht bei mir, du Nasenbeer. Ja, klar bin ich bei dir im Team. Ist das der irgendein böse Wicht? Boah, ich brauch einen neuen Dino, ey. Boah, ich bin Spino, liebe Freunde. Ich bin ein Spino. Boah, die können ja alle mit T-Rex. Ja, wenn du F drückst, dann rastet der voll aus. Ich verpack mich hier ständig in Ruhe. Ah, ich seh dich. Hallo, Onkel. Komm. Ist eigentlich ganz einfach. Oh, die Typen, die Dinos, die keinen Namen haben, sind Feinde. Na ja, Onkel schreit erst mal rum. Komm, mit. Oh, die nicht aufgeregt. Jetzt da oben die T-Rex. Komm her. Ich beiß dich zusammen, du direkt gestrickt. Oh, ich habe Spino hinterher. Oh, ich beiß ihn in den Hintern. Ich beiß ihn in den Hintern. Oh Gott. Ach, das ist langweilig, Alter. Lass uns gleich mal direkt auf einen anderen Server gehen. Aber ich habe jetzt alles, ich habe jetzt alles erwartet bei Dino-Gaswage. Ja, dann lass uns mal rausgehen, komm. Das ist ja echt ätzend. Gehen wir mal bitte auf... Hm, ich weiß nicht, ob wir dann direkt ganz rauskommen. Ich bin quit gegangen, so. Okay, dann sind wir wieder im Menü, ne? Ach, das Menü verändert sich immer. Ah, cool. Okay, GameType. So, Play. Play. Free Roam. Ah, jetzt sind noch mehr Games, aber die sind alle bis 0. Was hast du denn gemacht, GameType? Puh, keine Ahnung, ich habe bei der oben auf GameType gegangen. Okay, ich mache mal Players. Da haben wir hier, wenn du auf Players klickst, haben wir hier Nightmare, Nightmare... Ach, das ist ein Ping von 200. Warte, ich mache mal Ping lieber. Genau, das ist eine gute Idee. Ich bin auf Ping gegangen und da findest du hier oben Dino-Desmatch. Scheiße. Was ist denn Get the Chopper? Was ist denn das? Achso, das ist auch das Ding. Das ist, da muss... Die Menschen müssen zum Hubschrauber kommen, damit die abhauen. Hier, Team-Desmatch. Aber nur zwei von vier. Team-Desmatch. Bei mir ist gar keiner drin. Hier, Free Roam. Oh. Was ist denn Free Roam? Rooma ist neu, das habe ich auch noch nicht gespielt. Da unten, Team-Desmatch, da müssen wir drauf. Ich habe was. Ich habe was gefunden. Ich bin jetzt schon drauf. Musst du bei mir mal auf Name und nach Spielchain oder so. Nee, wo bist du denn da hingegangen? Wie hieß das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh man, du kannst doch mal warten auf mich. Dauert nur zu lange, bis du fertig bist. Geh doch einfach auf mein Name. Ja, ich bin drauf, aber ich glaube, ich gehe nicht. Dann rechte Maustaste und dann Spielchain. Geht nicht, beitreten kann ich nicht. Man, ich muss... Man kann nicht beitreten. Oh. Du musst doch einfach mir den Merken, welchen Namen. Ich muss gar nichts. Scheiße. Ich weiß nicht. Warte mal, ich gucke. Und zwar Chillout Club XD McPendies Time. Alter, ich bin der einzigste Mensch. Ja, komm wieder raus da. Hier, ich habe was gefunden. Da ist eigentlich richtig was los. Nee, ich bin jetzt gerade mein einzigste Mensch und der Rest ist alles Dinos hier. Ach so, wo bist du denn? Habe ich doch gerade vorgelesen. Ja, irgendwas mit Fui-Chiller oder sowas, ne? Bei Ping bist du drauf gegangen? Ja. Und zwar, äh, Lodi and Fluff, Chillout Club XD McPendies Time oder sowas. Lodi... Ne, wird bei mir nicht angezeigt, liebe Leute. Das ist so eine Klammer und dieses Flodi. Hm. Hier, PC Japan Free Room habe ich noch. Da sind 8 von 32. Team Deathmatch. Das wäre auch was Gutes hier. Boah, was sind die denn alle? Boah, was sind die denn alle? Dinos, was ist das denn? Und ich refresh weiter. Chillout. Total still, ja. Mann, warum wird das scheiße? Das sind überhaupt nicht so viele Server online, aber dein Server finde ich nicht. Offiziell Nerf in Gaming. Webtoast Tale, Pinger Perfekt. Da liegen jeweils tote Dinos. Ich glaube, die spielen alle Gorn, kann das sein? Ja, dann komm mal raus da. Warum sind denn die alle Dinos? Wir suchen mal einen gescheiten. Ah, da, DLG Chill and Kill. Bist du da drauf? Ne, das ist Dino, Deathmatch. Ich komm mal raus, das ist noch langweilig. Ach Gott. Wow, was für ein tolles Spiel, was hier los ist. Wow. Wahnsinn. Ja, komm mal mal auf den richtigen gescheiten Server und dann geht er da ab hier. Hier unten kommen wir drauf. Wo? Ja, da haben wir was. Bist du jetzt bei Ping drauf? Ich bin bei Ping drauf, ja. Gut. Siehst du den Server enden? Ah, ne, das ist Dino, Deathmatcher wieder scheiße. Hier unten, na, 2 von 30, so. Hier unten, ne, auch nicht. Ne, 2 von 30 ist so viel nicht. Hier Dino, ne, auch nicht. Ich hab wieder Refresh gedrückt. Roleplay, soll das sein, oder? Hier, Team Deathmatch, 30 von 32. Wie heißt das? Äh, Laidback Gaming. Okay, warten wir nicht drauf gehen. Äh, Nightmare habe ich. Mann, warum sehe ich das scheiß Game nicht? Das ist ein scheiß Ding, das ist ein scheiß Ping. Also. Sag mir, was du so siehst. Ich mach die ganze Zeit Refresh wie so ein Doofen. Ja, liebe Freunde, das ist ein geiles Spiel. Hier, Free Roam. Ach, keine Ahnung, warum ist das so ein scheiß Ping, ey. Was sind das für ein scheiß Spiel? Ah, Free Roam. Äh, das ist, das ist, das ist aber auch was anderes. Nee, Team Deathmatch brauchen wir. Einfach nur Team. Dann machen wir mal Game-Typ, Mann. Ja. Game-Typ. Und die aber auch noch Team Deathmatch und dann gucken wir mal, wo was drauf ist. Hier unten, 7 von 32. Warte, hab ich nicht. Ich muss verfressen. Japan Free Roam. Boah, Ping von 3. Ich hab was, äh, äh, Late, Late Back Gaming. Team Deathmatch, 29 von 32. Ja. Ja, 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 super. Das war das, was du dir vor uns gesagt hast mit dem Late Back. Okay, und wo bist du jetzt drauf? Nirgendwo. Ja, da unten ist auch noch was. PCE Japan Free Room. Ich sag jetzt, wo ist jetzt gerade da drauf? Ja, dann gehen wir da drauf, okay? Auf was? Äh, PCE Japan Free Room. Team Deathmatch, 8 von 32. Da gehen wir rein, ja? Hast du schon mal den Ping da hinten angeguckt? Ja, das macht nix. Was? Also gehen wir da drauf, okay? Ja, gehen wir da drauf. 300 Ping haben wir. Gar nicht. Da lecken die Dinos gleich rückwärts. Okay, dann lass uns mal einen Mensch nehmen. Ja, bitte. Ja. Kann ich nicht. Ich kann kein Mensch nehmen. Wir müssen Dino nehmen, komm. Nehmen wir Dino. Ja, nehmen wir Raptor nämlich. Komm, sei auch Raptor. Sei einmal, Mann. Also du kannst mit der Taste, wo man in jedem Game rennt, also über der Steuerungstaste links, da kannst du rennen, ne? Ich hab schon wieder hier im Gegenteil. Ja, ich hab schon eine getötet. Ich hab schon eine getötet. Das Geile an dem Server ist, Bruder, dass wir, ähm, da die Punkte noch ganz, der hat erst neu gestartet, 14 bis 3, das heißt... Oh, ich kann den gar nicht killen, den Scheißtypen. Rechts, was hast du denn für einen Vieh? Nee, den guck ich in den Fliehkrab, drüber. Was? Äh, ich... Du? Ja, keine Ahnung, wie ich so richtig finde. Also, liebe Damen und Herren, der Onkel war in seiner Zeit, damals in der Kreidezeit, kein guter Dino. Ne. Er war zu träge. Dann kriegst du nämlich einen normalen Raptor, ne? Oh, jetzt wurde ich auch abgeknallt. Alter Schwede, ich bin einfach umgefallen. So, okay, ich bin jetzt hier. Hast du jetzt einen Velor? Ich hab jetzt nochmal einen Raptor, ja. Ja, ich komm, warte, bleib stehen, ich seh dich. Weil wir zu zweit sind, wir als Raptoren unschlagbar. Du bist einfach, wo du bist. Ich hab dich grad gesehen, aber du musst nochmal stehenbleiben. Onkel? Ja? Bist du im Gebäude? Nein, ich bin hier auf Ongelbeide. Dr. Chips. Ja, meine lieben Damen und Herren, ihr seht schon, der Onkel Martin Igel ist angezockt worden. Was funktioniert? Aber ich mach einfach ein Play weiter, auch auf 60 FPS natürlich bei ihm auch. Er macht ein Play weiter. Ah, da seh' ich. Mein Revillaziraptor, der hüpft wie der Nikolaus. Warte mal, ich seh' dich, ich bleib du mal stehen jetzt. Du löst dich dauernd aus. Oh, ich bleib da die ganze Zeit stehen. Hier bist du doch. Ja. Hey, du kleiner Raptor, du. Das siehst gut aus. Bist du da weg? Ach da. Ja, ne, ich bin da. Okay. Lass uns einen Menschen jagen. Ja, super. Mensch jagen. Mhm. Okay, weil renne ich so schnell, ich muss dich auch sehen, ne? Oh, renn doch einfach auch. Drück, drück mal F. Hast du? Wow. Und dann? Mach doch. Ja, ne, du bist jetzt im Hype. Ah, hinten. Hinten ist er. Hinten sind alles voll Menschen. Mit Rechtsklick, ne? Anspringen. Dann sind die sofort tot. Und jetzt komm, Onkel. Sprung! Ich kann nicht springen. Rechtsklick. Mach ich doch. Jeder kann springen, nur der Onkel nicht. Wo ich hinspringen? Na, Quatsch. Stille! Aber wie das funktioniert. Geil. Man, der springt auch die ganze Zeit daneben. Was ist denn da los? Oh, jetzt quatscht der. Was ist denn da los? Ja, du hast ihn. Schön. Assistent-Kill hab ich bekommen. Oh, der hat mich getötet. Kannst du mich wieder bei dir tun? Alle vier liegen rum. Wir haben uns leider alle selbst zerstört. Nochmal, Raptor, komm. Ich glaube eher, dass das durch die Lecks ist. Also, dass wir einen Ping von sonst wie viel haben. Oh, die Dinos sind mehr. Dann lass uns mal zum Menschen rüber gehen. Einfach Switch-Team. Ich bin jetzt Sniper. Bist du rübergekommen? Hm. Warte, lass uns suchen. Hier können wir echt Teamplay machen. Weil das macht eigentlich auch richtig Spaß. Da hinten bist du. Ja, ich komm. Komm mal her, Onkel. Weil hier liegt Heilung. Man kann ja nicht mal... Ach, du schau. Gut, okay. Ach, der hat Heilung geworfen. Ja, ich kann Heilung werfen, aber jetzt hab ich keine mehr. Muss ich wieder auf und landen. Komm mal mit. Boah. Geil, ich liebe den Sniper. Du hast den Besten. Du hast, äh... Ich glaub, so eine Mine kannst du werfen, glaub ich, auf F. Und, ne, Granatwerfer hast du. Ne? Granatwerfer hast du mit Recht. Ja, ja. Und ich kann mit... Achtung, da kommt was. Raptor. Raptor. Wo denn? Da hinten. Boah, ich hab den weggefetzt. Ich hab den Raptor aus dem Leben genuckelt. Diese K... Die Dino-Kadaver, die du da liegen siehst, da können die Dinos sich heilen. Oh. Was ist? Na, Raptor, Mann. Hehehe. Raptor, Frau? Wo ist der? Der T-Rex brennt, der Flammen... Der Flammenwerfer ist auch cool. Oh. Boah. Ein... Tromedus. Ich bin grad den T-Rex am absnipen. Ey, der heilt sich. Alle drauf, kommt. Leute, alles drauf. Na dann, wo denn? Auf den T-Rex. Ich seh keinen T-Rex. Wo bist du denn? Hinter euch, Leute. Wo denn? Bist du nicht mehr bei mir? Boah, ist das schlecht, Alter. Ist das Spiel schlecht? Hehehe. Ach, du, so ist das Spiel schlecht. Ich hab den T-Rex gekehlt. Ne, da läuft die rum. Onkel? Ja. Ich hab dich verloren. Das ist schön. Du. Oh, oh, ich bin im Maul. Ich nimm jetzt auch einen mit einer anderen Waffe. Oh, tot. Ja, du auch. Ich seh dich, wie du im Maul bist. Oh, ich wollte Geh fressen. Geh fressen? Oh, warte, ich muss mal ganz kurz... Les wählen. Yeah, Mrs. MG bin ich jetzt. Oh, Mrs. MG. Das ist hinter dir. Ah, ich seh dich, ja. Ich komm. Was ist hinter mir? Ich. Ja, du bist doch schlimmer als ein Dino. Oh, bist du, du bist das MG und rennst hier mit einem Mann rum. Du bist ja ein Laber. Ich bin Mr. MG, ja. Komm, dann geh mal. Du hast den gleichen wie ich. Hm? Boah, der hält ja gar nichts aus. 150 Lebensenergie haben wir nur. Ist ja echt mager. Was ist denn jetzt mit den Dinos, ey? Moriwana, das Spiel ist so toll. Was hast du gemacht? Das ist echt ganz toll, das Spiel. Findest du? War total toll. Hey, hey. Wir haben gerade den Flugsaurier abgemurkst. Es ist ja auch geil. Es ist gerade halt nicht viel los. Total toll. Ach, ich find das gut. Also alle, die das noch nicht haben, die müssen das unbegingt haben. Ach, wir zwischendurch. Nicht mal dafür. Drück mal auf Q. Also wie viel Angezock-Parts willst du raushauen? Einen? Ja, oh, Entschuldigung. Macht nichts. Ist es wegen dem Frust von dem Game? Was? Schneezen muss? Hm. Nee, weil ich erkältet bin. Hm. Da ist einer, der hat einen T-Rex im Maul. Ja, ich war dabei. Wow, da hinten kommt noch irgendwas angerannt. Ein Kanu. Ja, da ist ein Kanu. Komm direkt erstmal ein drauf. Alter, da kommt ja ein gestürmt. Hier, zwischen. Boah, ist das so toll. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, zwischen den Containern sind zwei ungefähr, ich sag mal, halber Meter Platz. Und da passt der Kanu voll rein. Das ist ein schlanker Kanu. Schlanker Kanu, mhm. Ein schlanker Kanu. Ach, guck mal, meine Waffe, die macht mit mir ordentlich. Bumm. Was macht die? Wo sieht die Joden an? Ist das doof? Mach dich schon umgeraden, oder? Äh, Granaten, ja. Ist das doof. Ich bin froh, ja. Aber ich hab mich extra umbringen lassen, weil ich keine Munition mehr hatte. Geh mal schon auch mal. Anstatt ich draußen Munition einsammle, geh ich immer durch. Ich bin aus dem Städten. Aber wir sind knapp. Dinos haben 32, wir haben 27. Also wir können noch ein paar Kills rausholen. Ja, auf jeden Fall. Von unseren Intergall-Age. Sollen wir nicht lieber eine Stunde am Stück den Part machen und dann warst du es? Nee. Willst du wirklich mehrere Parts machen? Ja. Okay. Freut mich. Mir macht das Spaß zu spielen. Ja, das ist total toll. Und ich finde das. Wir können ja mehrere Maps anzocken. Macht jetzt irgendwas? Keine Ahnung, was das sagen soll. Ich bin aus, cover mich. Oh, hell, cover mich, Alter. Ich werde zurück. Das ist der aller schwarzen Egger am Motto. Du, cover mich, ich brauche immer, Motherfucker. Du, Motherfucker, ich brauche mich. Alter, ich kann mich nicht kurz drücken, ich brauche jetzt. I'll be back. Was sagt denn das denn? Was sagt denn bei der Nix? Wenn ich hier reingehe und mir... Au. I cover you. I'll be back. Ich werde gerade vor den Raptor gegabbert hier. Hasta la vista, baby. Ich bin tot. Er hat mich hasta la vista. Ist aber echt aufregend. Total aufregend. Alter, du geht ein Glasser, wie er. I'll be back. Ey, da macht dir doch immer das Tor zu. Warte mal, ich muss da... Ich bin ein Arsch verraten. Wer macht das... Warum waren die denn hier das Tor zu? Ich stehe noch draußen, ihr Wichsköpfe. Uah. Der Arnold schwarzen Egger, Mann war das, meine Damen und Herren. Jetzt wurde ich gerade gegrillt von irgendwas. Ich habe es noch nicht mal kommen sehen. Du bist auch tot? Ja. Okay, ich glaube, wir können jetzt hier... Ach so, du bist da... Ne, du bist jetzt bestimmt auch im Menü. Lass uns doch den Part beenden. Oder wollen wir die Runde zu Ende machen? Ja, machen wir mal einen Fight. Oh, ich will mal einen Schritt, okay. Okay, ich glaube, ich gehe mal hier von... Oh, ich gehe mal hier von... Oh, ich gehe mal weg. Oh, Entschuldigung. Ähm, zu wem gehe ich denn? Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ein Trapper, ein Pyro, das ist Flammenwerfer, wa? Boah, ich bin fast tot. Warum? Ja, das klingt gut, ja. Ach, die Schrotflitten sind da. Bist du jetzt ein Dino? Nein. Oh, ich muss mich ausschnauben. Meine Nase läuft weg. Ja, ich auch. Von ganzem Schuss lachen. I'll be back! Kannst du gleich sagen, wenn du wieder da bist. I'll be back! I'm gonna die. I'm gonna die. Boah, in der Aktienform. Was hat er denn gesagt? Eine Munition hat er angeschnauert, oder was? Nee, du sollst... You cover me! Du sollst ihn schützen, ne? Also, du sollst ihn verteidigen. I need armor cover me! Oh, Gott, ey. I'm back! I'm back! Okay. Ich riss... Wenn ich riss, spawnen, dann geht er zu ab. Ich habe hier eine Schrottflinte für die kleinen... Ja, Mann, wo bist du denn, du dreckige Stöcke? Ja, da bin ich auch hier. Ja, Achtung, Achtung, schieß doch! Tu doch mal was! Du bist total verzittert, Alter. Verzittert? Ja. Komm, hol die Granate aus dem Lümmel. Ja! Alter, der gibt mir dauernd eine. Oh, Kado hier. Der hat aber eine Flankdarmgobb. Alter, was machen die denn? Weiß ich nicht. Total aufregend grad! Hehehe. Oh, der hat der Kanad nicht gerammt. Ich sehe alles nur noch grau. I'll be back! So, einer geht's. Ich würde gerne mal den Indianer hören, wenn der will spawnen, wenn der Amo will. Das ist wie Nitu, oder? Hehehe. Meinst du, dass der total friedlich ist? Ja, so. Total unsozial von euch und so. Peace out in Harmony. Harmony? Hm. It's come to like to be, okay? Was? Das ist so aufregend, das Game. Das ist so... I'll be back! Der Dufe, das ist wahrscheinlich... Ich meine, du bist sarkastisch. Du meinst das ernst. Ja, klar. Ich finde das echt... Naja. Absolut Action-Law in this Game. Ja, der Action-Movie. Ey, besser als Terminator. Wow, Alter, was war das? Ey, du bist echt... Du bist echt... Du bist echt... Du bist echt in China. Da hab ich gesagt! Du bist echt in China. Du bist echt in China. Und ich hab hier... Messer geschnitten. Woh! Ein Karno, also. Ein Karno, ein Karno. Da mach grad Karno, weil... Hehehe. Hehehe. Der war so schlecht, dass schon wieder lustig war, Karno, weil... Oh Gott. Oh Gott. Ich werf mal ne Sprengmine. Ja, machst du mal was mit deinem kleinen Indiana Jones? Ich ess, ich ess, ich schmeiß ein Messer, ey. Bin total... Was ist das? Komm, T-Wax mit... Ruhig, ich will Muni aufladen, warte. Ja, komm, T-Wax. Ruhe, Ruhe, ich will Muni aufladen. Warte, und jetzt? Hey, yo, ey! Hey, yo, ey! Hey, yo, ey! Hey, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Oh mein Gott, ey. Ey, ich will back. Hinter dir! Hawa, haua! Man, mach doch mal den Lümmel raus! Pass auf, pass auf, pass auf! Da hinten kommt n scheiß Dino! Wowahou! Geh mal in die Haustür rein, hier. Ja, klar kommt der hier durch, der komische Akkulator. Jetzt bin ich in das Haus eingeleckt. Ja, ich auch. Ich bin teilt. Da liegt der Indianer Joey. Guck, wie du da sitzt. Du musst mir den mal bei mir angucken. Du sitzt so, als würdest du gerade Urlaub machen. Was gibt es denn noch hier Schönes? Was haben wir denn hier mit dem hier? Oh, der hat... Oh, oh. Na, jetzt, jetzt. Hier ist eine richtige Dino-Parade. Also jetzt habe ich hier gerade Pistole. Ich bin hier total... Nimm mal den Flammenwerfer, Tor. Oh, yeah, motherfucker. Was, wen hast du denn jetzt? Aus. Ah, ah, ah. Oh, oh, ich bin der Gefressene. Oh, der hat sich... Der hat sich an mir verschluckt. Er verschluckt. Verschluckt, ja. Verschluckt. Ich bin zurück. Die fressen gerade die Dinos auf und du machst nichts. Ich bin tot gewesen. Ich komme da jetzt gerade erst mit meinem Flammenwerfer. Ja, ich bin hier mit Doppelwaffe... Äh, Doppel... Äh, oh, oh, so ein... Ah, ich habe hier so ein... Ich habe hier so ein Netz. Du bist der Fangnetz, man. Und was kann man mit dem Fangnetz machen? Warum bestimmt 10 Netze, um so einen scheiß Vieh einzufangen, was? Nee, du kannst ihn fangen. Fangen. Und dann liegen die am Boden, dann kannst du draufballern. Toll, ich wollte eigentlich hier mal... Ich bin gerade 28 Minuten. Wie soll ich denn den Pato laden, ja? Morgen. Oh, ja. Komm, Peter. Komm, Pato? Mhm, T-Rex hat geschrien. Ich, ich brenne, er brennt, er brennt. Ich fackel gerade den T-Rex ab. Jetzt bin ich in seinem Maul und mache ein kleines Nickerchen. Funktioniert gar nicht mit dem Fang. Wie wolltest du denn fangen? T-Rex? T-Rex? Kann ich laufen. Oh, meine Waffe, meine Waffe wird... Oh. Geh durch dich dumm, denn der Onkel geht herum. Ja. Mit dem Fangnetz in der Hand fühlt er sich wie ein Held. Bäm. Und auch wieder. Bäm, bäm, bäm. Motherfucker. Was ist denn jetzt für Signale, die hier kommen? Alter, ich bin tot. Die Dinos haben gewonnen. Ja, gehen wir ins Menü, oder? Ja, bitte. Alles klar. Einmal, äck ich quitte, please? Ah, da steht sogar quit. War eh Ende. So, liebe Freunde, da würde ich sagen, da war erst mal für den ersten Part von Primal Carnage Extinction den aufregendsten und ultra-mega-geilsten Spiel, was ich je erlebt habe. I'll be back. Ne, äh, nicht. Ja, freut mich, dass du so hyperventilierst dabei. Ne, äh, ja. Okay, ein Part werde ich bestimmt noch rausbringen, der kommt dann nächste Woche Sonntag. Mal gucken. Okay, äh, dann würde ich sagen, ciao für heute, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, liebe Freunde. Ciao.